Komm schon. Ja, ich will stehen bleiben. Ja, ich dachte, wir begrüßen erst, bevor du losläufst, aber du kannst auch direkt, wenn du den Controller hast, loslaufen. Ja. Ich sag mal Hallo, willkommen zu Last of Us 2. Der Gerby ist dran. Der letzte paar Meter. Ja, schauen wir mal, ne? Du raschst da ja jetzt so durch. Definitiv. Ich hab dir ja jetzt schon alle Gegner vorerst mal weggemacht und so. Also prinzipiell geht's jetzt einfach nur schnell. Die Medikamente holen wir ja zurück, wir reparieren den Arm, dann killt sie die Elli und fertig ist. Nee, die kümmer doch nicht. Ach so. Ja, dann nicht. Die kümmer noch. Ich hab keine Ahnung. Ich sag, am Ende dann nochmal zur Elli springen und dann... Ja, das ist ja wirklich so, das was mich wirklich, warum ich doch noch eigentlich weiterspielen möchte, ist zu erfahren, was denn jetzt da passiert. Weil es wurde ja abgeblendet, bevor wir irgendwas hätten sehen können und schon waren wir in der Story von Abby drin. Und die wichtigste Frage vom ganzen Spiel ist ja jetzt, was passiert mit der Elli, was passiert mit der Abby? Man darf ja nicht vergessen, wir spielen immer noch Last of Us, eigentlich die Geschichte von der Elli. Eigentlich. Eigentlich. Ja, eigentlich so schön. Wow, komm, jetzt kann alles, was hier liegt. Das sieht aber cool aus. Das nicht so. Aber das Bild sieht cool aus, finde ich. Es ist ziemlich cool. Dreiteilig. Was heißt cool? Etwa... Fantastisch. Super. Ja. Was sie sagt. Sie ist schon wieder katschen, komm her. Na, der muss beten. Ich frage mich, ob eure Prophetin geahnt hat, was sie lostritt. Sie hat Dutzende gerettet. Auf unerklärliche Weise. Sie hat Trucks gesprengt und Soldaten getötet. Nicht gerade unerklärlich. Kennst du ihre Schriften? Habt drin geblättert. Sie können dir helfen. Klar. Vielleicht im Winter zu warm werden, wenn man sie verbrennt. Ja, macht man das nicht so mit Büchern? Ja, nachdem man sie gelesen hat. Ich dachte, sie sind nur zum Heizen da. Nee, nee. Komisches Zeug. So, hier geht's wieder hoch. Ich geh diesmal zuerst. Ich bin vorhin auch zuerst gegangen. Ich wollte gerade sagen, sie geht immer zuerst. Jetzt wird er zuschieben. Wollt er schon zuschieben. Ernsthaft, wie hoch müssen wir denn noch? Ich wollte noch sagen, mein Beileid für euren Sohn. Es ist eine Ehre. Er ist nun bei unserer Prophetin. Er ist mutig gestorben. Ihr solltet stolz sein. Sind wir. Danke. Die Ältesten haben uns ein neues Kind angeboten. Das ist eine große Ehre. Elisabeth ist dankbar. Ich weiß nur nicht, ob sie schon bereit ist. Die Ältesten wissen, was das Beste ist. Es wird das Beste sein. Ja, mein Beileid. Ja, na klar. Aha, mhm. Das war nur die Beste, glaube ich. Ach, scheiße. Ich glaube, der da oben sieht dich. So, dank scheiß. Schön zur Spendung jetzt mal. Haben wir ja wieder nichts. Was? Die sehen auch irgendwie alle gleich aus, oder? Ja, das sind ja auch eine Sekte. Du müsstest dir den Pfeil gleich auch mal rausziehen, sonst vergiftet die sich langsam. Ach so, scheiße, stimmt. Naja, kommt jetzt auch nicht mehr drauf an. Ich habe jetzt sterben lassen. Wenn ich nicht an die Pfeil-Ding gedacht habe, dass man es rausziehen muss, wegen Vergiftung. Mhm. Naja, passiert. Alles klar. Der war schön. Guck mal, der Junge hat so viele Pfeile, ne? Kann der nicht mal... Da muss ich mal reingreifen, da muss ich mal reingreifen, alles rausklauen. Ja, oder so. Gib mal her, Junge. Was ist denn das? Ja, wenn er doch nicht damit schießt, was soll das denn? Ja, mit Zinslagerverschwendung. Hm, da würde ich keine Möglichkeit haben, sind ja echt viel da. Aber wie im wahren Leben, ne? Wenn du gesehen wirst, erscheint ein Warnsignal. Ja, ja. Gib mal den Pfeil, Junge, komm. Der hat ja den Pfeil schon eingelegt. Wieso kann der das nicht mal machen? Die ist wirklich auf dem einen Auge, glaube ich, blick. Da liegt ein Bogen. Ach so, direkt über den Bogen rum und der Pfeil. Doch, gib mir die Pfeiler. Gib mir die Pfeiler. Keine Warnsignal. Keine Warnsignal. Ah, hier haben wir noch was. Hier haben wir noch was. Hm, hier haben wir noch was. Natürlich nicht, könnte ich dir noch denken. Schau dir, wenn mir was übrig passt. Ja. Wo ist denn da jetzt so? Unten. Letzter hinten. Da läuft noch einer. Da kommt einer, die dich direkt zu sehen hat. Okay, was? Alter, meine Frosse geht aus dem Blick. Du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Ja, doch. Ist hier noch irgendwas munitionsmäßig? Nee, natürlich nicht. Natürlich nicht. Warum auch? Da ist auch ein Messer. Oh, da ist ein Pfeil. Oh, der sieht mich, okay. Der sieht mich und geht dann mal wieder weg. Oh, nicht schlecht. Ja, der denkt vielleicht hat er eine Fata Morgana oder so. Wie eine Fata Morgana. Nee. So, dann gucken wir hier auch noch. Los. Da läuft auch noch einer rum. Zwei noch. Der kommt. Ja, weiß ich. Du weißt wie das Ende. Oh, ups. Entschuldigung. Ich weiß nicht, dass du da runterfällst. Nein. Junge, dann geh mal aus dem Weg. Ich muss gucken. Du machst da eh nichts. Wo guckt der denn hin? Der guckt in den Balken. Ja, da wollte ich in den Balken gucken. Jetzt hat er einen Zugang der Balken guckt. Ja, ja. Die sind schon blöd, ne? Die gucken, denken sich so, was ist das denn? Alles ausgebildete, ich sag mal, Soldaten. Ja, aber die stehen ja da zum Patrouillieren, also haben die ja irgendeine Ausbildung oder irgendeinen Job und nicht nur sich die Beine zu vertreten. Unter Umständen, ja. Ja, selbst wenn ich nicht ausgebildet bin, wenn jemand, wenn ich jemanden sehe mit einer, mit einer, äh, hier mit einem Pfeil auf mich zielen, dann eventuell reagiere ich mal. Und nicht erst eine Minute später. Klopp. Guck mal. Haben wir sie ausgesperrt. Alles gut. Alles gut. Nein, der Bisschen. Wir haben voll den schlechten Einfluss auf den. Er wird ein fehliger Feuer schmoren. Wo wir ihn ja auch schon so lange kennen, ne? Es ist nur drei Stunden. Putzlappen. Keiner erwartet ja eigentlich alles in der Werkzeugkiste auf Putzlappen. Ist das ein Aufzug? Ja. Toll, haben wir ihn nicht gleichgenommen? Ja, spring runter. So kann ich so hoch. Boah, der labert die da mit so einem Psycho-Kram zu. Oh, hier hat diese Denkenhalt, die Fresse. Ja, und jetzt ist doch auch alles schon wieder in Ordnung. Was soll das denn? Ist das von der Prophetin? Ja. Hm. Geil, von der Prophetin? Dann nimm ich's mal mit. Hm? Elektrizität und sündhaftes Zeug von früher. Naja, es gibt Ausnahmen. Besonders für Soldaten. Ja, klar, es gibt immer einige Ausnahmen. Die einen sind besser als die anderen. Ja, ja, es gibt ja Ausnahmen. Lesen. Hm, hm, hm. Waffenstelle ist vorbei. Fertig. Du magst also diese Prophetin, obwohl ihre Anhänger dich töten wollen? Ja, das ist meine Mutter. Würde das nicht wollen. Überschritten handeln. Was solltest du deinen Leuten sagen? Wir haben keine Leute gesteinigt oder erhängt, als sie noch lebt. Ihre Worte. Hm, du hättest falsch gemacht. Ich hätt's gemacht. Okay. Guck mal, da kann die lockerflockig her spazieren, obwohl sie Höhlenangst hat. Höhlenangst? Höhlenangst. Ja. Ich war sie auch kleustrophobisch und hatte einfach eine Platzangst. Hm. In dem egen Vorstuhl. In diesem genervten, oder verstörten, nervenden, mächtigeren Schaulinen, Mönch. Finde ich hier oben. Nimm dir doch einen Schal. Ne. Ah, da kann ich die Haare dran wickeln. Im Hals. Hm. Sind nicht immer mehr. Festerung, ersticken. Was ist das, verdammt? Dann ist auch nicht mehr kalt. Neff! Komm mir nach. Ne, ich will hinten gucken, ob es ist. Ganz langsam. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Es sieht schlimmer aus, als es ist. Genau, es ist nur ein Brett, der bricht gleich zusammen. Nice. Stellt sich aber auch an. Hast du das Ding hier oft benutzt? Ja. Du lebst doch. Tu ich nicht. Dann siehst du doch, überall Vogelscheiße. Oft benutzt, von Vögeln. Guck einfach nicht nach unten. Guck mal da unten. Geil. Du siehst man doch gar nix. Ja, ist alles gut. Guck mal da, Vogel. Warte, ich helfe dir. Ich spring. Die springt nicht. Ja. Nein. Das ist ein megabreites Brett, ey. Wie fühlst du dich? Ich warte noch auf die wahre Stärke. Kühl. Cool. Was? Ach, nichts. Kühl. Ja. Was läuft da zwischen dir und deinem Freund Owen? Mein Gott, Lev. Jetzt? Klar, lass uns drüber reden. Ehe einfach. Das Motor ist doch nicht verkehrt, Mädel. Erzähl dem, Junge, deine Probleme mit deinem Bumms-Partner. Ich will dich doch nur ablenken. Komm her, mit Vogelscheiße gemalt. Ja. Die haben nix anderes da oben. Ja, die läuft gerade nicht schneller. Nütze. Noch nicht. Nee, es geht auch richtig los. Komm her. Lass dich umab. Da kommt der Seil. Ich glaube ich auch. Dann müssen wir hier lang. Wieso? Ich sehe irgendwas. Geil. Jetzt runter springen. Pssst. Oh mein Gott. Warum mache ich das? Weil ich die Schrauben bringe. Elf Schrauben liegen. Echt jetzt? Oh, ich krieg dir wirklich runter. Echt jetzt? Gut. Nun. Haben wir jetzt nicht runtergesprungen? Da hat sie sich festgehalten. Schön. Haben wir das auch geklärt? Es saß aber die Schrauben nicht. Doch, die hat ja gemalt. Weißt du, trotzdem, oder? Ich weiß nicht. Ja, dann nicht lang. Okay, warte, kein Problem. Wir springen noch mal hinten runter. Die Schrauben müssen reintreten. Die kann man natürlich nur einmal liegen. Das weiß ich jetzt nicht. Ist hier das überspeichert. Oh mein Gott. Ne, ich bin wieder da. Okay. Sehr gut, ich gehe ja schon zurück. Er wird ja jetzt noch viel besser. Rechts rum, ne? Ne? Ach so. Ja. Ah, jetzt fällt die Musik. Guck mal, sieht doch gut aus. Das meint er mit, wir haben Brücken. Ja, ist doch cool. So eine schöne Brücke. Oh. 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 Fuck. Das ist doch mal schneller. Ich hätte die ganze L1 gedrückt, damit die rennt, ja? Mhm. Wie kommt es, dass du keine Angst hast? Komm mir nicht mit der Prophetin. Ich mach doch schon, seit ich zwei will. Hunde, mach mir keine Angst. Was dann? Der Ozean. Äh, Hunde. Du Scheiße. Hunde Scheiße. Hunde Scheiße. Kann man schon mal Angst haben. Ist noch hier gezogen. Oh mein Gott. Oh Mann. Fast geschafft. Kack dir doch nicht rein. Scheiße. Hey, da. Man kann das Kreis noch aussehen. Oh fuck. Oh fuck. Coole Brücke. Komm zu mir. Ich kann das nicht, Les. Ich kann das nicht. Doch. Ja, so könnte ich das auch nicht. In die Knie. Stell' mal auf. Schön, dass die Knie rausklafen. Ja, sie macht das so anstrengend wie möglich. Geil. Hallo, ich bin nicht runtergegangen. Ich wollte gerade auslaufen. Ich glaube, die hat keinen Bock mehr. Fast geschafft. Okay. Okay. Komm schon. Mir ist schwindelig. Das ist doch, Effie! Halt dich was! Sieh mich, oh! Sieh mich! Hm. Dieser Fullykack ausgerüstet. Den können wir nicht. Ja. Yo, voll auf die ganzen Waffen und so drauf! Nein. Okay. Okay. Wie der die anguckt. Das ist ein Passfoto. Das ist schön, neues Gebiet. Tja, wenn ich das will, kommst du überall runter. Oh, nimm mal. Ich bin in Schoko. Lass mich mit der Windel wechseln. Worte, da wir reden. Rede. Ich nicht. Wenn ich sterbe, sterbe ich für mich. Und was machst du dann hier? Warum bist du zurückgekommen? Schuldgefühl. Warum? Du schuldest uns doch nichts. Ich wollte ein bisschen Last loswerden. Hm, lockst du die nächste Last auf. Ich wollte gerade sagen, sie hat sich doch eher Last aufgehalst, als dass sie die losgeworden ist. Oh. Oh. Nischt. Oh, was muss das sein, ey? Alles voll? Alles voll, tatsächlich. Oh, was muss das sein, ey? Hm. 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 Ja, wir räumen wieder mit deinem Scheiß. Sprengstoff rum. Damit fühlt die sich sicher. Was? Damit fühlt die sich halt ein bisschen sicherer. Ja. Ich laufe auch gern mit Sprengstoff in der Hand rum. Bisschen Sprengstoff sicherer als das andere. Hm. 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 Das ist nur nicht mal Klicker oder sowas. Das tut mir sehr leid für dich. Alter. Kurt. Safe. Ahaaa. Vielleicht in der Absteigkammer und da war wieder Kurt ist der gleiche wie für das WLAN. Ähm. Gut. Wie ist das WLAN-Passwort? Das müssen wir wahrscheinlich erst noch finden. Vielleicht 1, 2, 3, 4. Hm. Das könnten so das sein. Wo ist das WLAN-Passwort? Hier drinnen. Hm. In der Tablette versteckt. Ja. Mikro. Wo ist das WLAN-WLAN-WLAN-WLAN-WLAN-WLAN? Gibt es irgendwo einen Hinweis hier? Free WLAN oder irgendein Scheiß? Hm. Nicht wirklich. Vielleicht hier euch hart. Vielleicht waren die so einfallslos. Das könnte nicht sein, aber das Safe hat ja meistens eine Kombination, ne? Achso. Ja. Stimmt. Oh. Da war auch eine Tür offen. Ja. 12 18 79. 12 18 79. 12 18 79. Ja, Passwort haben wir, jetzt brauchen wir nur noch nicht safe. Der Lobby, die Lobby ist ja meist unten. Ich weiß nicht, ob es so rund kann. Der Lobby. 12, 18, 79, gib mir safe, gib mir safe. Er klappt doch jetzt nicht erst hoch, nur um dann wieder runter zu krabbeln, oder? Ja, ich glaube, wir müssen sogar nach unten, ne? Oder nicht? Wir wollen ja eigentlich zum Krankenhaus. Oh, da. Ah, das ist der Lobby, okay. Perfekt. Ganz viele Sachen, die wir nicht gebrauchen können. Ja, doch. Wow, alles. Wow, alles. Das ist ja mal neu. Okay. So. Hier kommen wir runter. Wenn wir es zur Straße schaffen, sind wir genau beim Krankenhaus. Hm. Nur ne Leiche. Einer von euch? Nein. Sieh dir die Kleidung an. Hier. Ist ganz schön dort. Nein. Technik. Oh, er wusste die, dass die noch geht. Das Gebäude sollte geräumt werden. Mhm. Jetzt soll ich so hoch sprechen. Wir sind immer mit dem Aufzug runtergefahren. Also, keine Ahnung. Echt jetzt ein Aufzug? Ja, von dieser Brücke aus. Wollen wir mich bewegen, oder was? Ja. Das hier keiner ist? Nicht nur runter. Kommt hier nach. Jetzt sind wir da wohl zwischen noch weiter runter und nicht weiter runter. Hm. Da ist auch nicht weiter runter, glaube ich. Ich hätte mal runterspringen können. Nein. Ich hab keine. Du hast keine. Glaubt ihr Typen nicht an Gasmasken? Wir waren auf der Flucht. Lass mich sehen, was ich finde. Bleib hier. Zurück. Mach weiter. Da kommen sie nicht hin. Wenn du stirbst, sitze ich hier fest. Dann bete mal, dass ich es schaffe. Okay. Gasmaske. Gasmaske. Hä? Pass auf, Mädel. Ich will den Gasmas besuchen. Ach so. Nein, für den Bengel. Weil ich die Luft anhalten kann. Was? Okay. Mal auf den Versuch an. Ja. Ich würde einfach mit den Nasen zu halten durch. Ich glaube. Ja. Wenn sie es nicht schafft, ist es auch nicht unser Problem. Nö. Wir wollen ja nur die Schwester finden. Äh, für die Schwester Medikamente finden. Ja. Man hat ja gesauft. Wenn wir unten sind, sind wir gleich zum Krankenhaus. Also wissen wir ja auch, wo wir hin müssen. Ja. Brauchen wir nicht mehr. Eben. Es ist verbaut, verbaut, verbaut. Ja, gut. Scheiße, hier ist alles verseucht. Ja, gut. Einfach da oben bleiben, okay? Was? Ich habe jetzt nicht wirklich was gesehen. Ich weiß es auch nicht. Ich kann ja mal bestimmt durchklettern, wenn es offen war. Wenn es offen wäre. Ich werde verrückt. So, weil sie nicht damit gerechnet hat, dass da Zombies rumlaufen. Die Zombies. Sind die ich gerade gehört? Äh, äh, äh. Nö. Wenn du dich schon umbringst, nimm wenigstens die Gasmaske ab. Äh. Idiot. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Hast du sie jetzt gehört? Ja. Aber ist ja nicht schlimm, die sind ja eingeschlossen. Ah, die zeigt sie nicht an. Die kommst du. Wahrscheinlich, weil sie eingeschlossen sind. Dann sieht man die nicht. Ach so. Ach so funktioniert das. Da bist du gekommen, oder? Hast du eine Gasmaske? 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 Ganz schön. Ganz schön weitläufig. Ich wüsste den Weg zurück schon gar nicht mehr. Einfach der Nase noch. Ach so. Oh. Da haben die keine Gasmaske rumliegen. Das ist doch hier doch. Ja, ja. Garantiert in dem verschlossenen Raum, dass wir das aufmachen müssen und da drin sind. Die ganze Kiste voll. Oh nein, der hat eine. Oh, ein Doppelfeldrissystem. Die ist viel besser als unsere. Jetzt brechen sie aus. Hm. Könnte gut möglich sein. Ja. Oh, fuck. Das war ja so klar. Was sind denn die? Ich weiß nicht. Oh, fuck. Das war ja so klar. Ich weiß nicht. Das war ja so klar. Ich weiß nicht, dass wir sie nicht eingreifen. Warum waren die vorher nicht da? Oh. Ich weiß nicht, dass wir die nicht eingreifen. Warum waren die vorher nicht da? Na, du kleine Pisse. Der nimmt den mit Nein, da gefahr gewaltigt hin Komm her, er ist mir nicht So, ist nur weg Ich glaube wir können neue Messer machen Geil, hast du gut gemacht? Ja, hast du gut gemacht Ich hoffe das war's Jo, lief doch perfekt So, kann man wieder einsammeln Guck mal, schön Keine Taschennot mehr Tüchlein So, und dann müssen wir den Rotzer holen Komm rein, ich hab ne Maske Guter Plan Ich hab was für dich Alles Gute zum Geburtstag Wir brauchen zu lange Es geht eben nicht schneller Es hilft deiner Schwester auch nicht, wenn wir beide tot sind Muss man so Klärung bringen können Wir packen was War da ein Weg nach unten? Nein Nein Doch, da Abby, wie wär's damit? Hm? Jetzt schon wieder Vorher hat alles zu, will der mich das verorschen Die Wand Ah, da oben Eiscreme Achso, du willst Eiscreme haben Nein, oben Guck doch mal da Ach, nach oben Nach oben Aber ich dachte, die wollen nach unten, nicht nach oben Wir sollen da eigentlich nach unten Aber wir klettern jetzt bestimmt gleich da runter Achso Achso Gutes Idee Ich geh da runter Sei vorsichtig Komm schon Du schaffst das Ich geh mal runter Ich geh mal runter Sei ich vorsichtig Ja, wir gehen runter Komm schon Ja, ich geh mal runter Komm schon 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 Weißt du auch wie fein das ist? Oh, es war ja von oben auch nicht höher Höchstens zwei Zentimeter Mhm Eher zwei, drei, fünfhundert Meter Nee, fünfhundert auch nicht, aber Was jetzt? Komm her Komm her Komm her Ich muss hier rein Du lebt in der Wand Achso Scheiße Das Ding ist in die Mauer gewachsen Ist das schön Ich hasse Dämonen Das ist doch kein Dämonen Das sind arme, hilflose Seelen Mhm Wandzombies Ja, das ist ein schönes Gemälde Mhm Mhm Ja, doch Hat nicht jeder War es nicht schlauer, wenn man statt jetzt 21.000 nach unten zu klettern Aus dem Feld Eine Etage nach oben zu klettern, zum Fahrstuhl Nein, er hatte ja gesagt, die Brücke endet an einem Fahrstuhl Und da sind sie direkt nach unten Aber die sind ja nicht die Brücke normal Die sind ja da runtergefallen und da ist kein Fahrstuhl Deshalb müssen sie jetzt nach unten krabbeln Oh, das Messer hat jetzt nicht funktioniert Möchtens gucken, sieht man die schon so? Ja Ja gut, da bleibt der ja gar nichts anderes, oder? Du werfst so einen Schrappenhelder hin. Der war gut. Was war das denn? Oh, und der Junge hat auch endlich mal was getan. Mann, 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 Mann. Faszinierend. Der kann ja auch manchmal richtig nützlich sein. Aber auch noch mal nicht mal. Geil, guck mal, der hatte beide verloren. So, ich mach... Darf dir keiner mal sagen, die Explosion hätten ja eigentlich herkommen müssen. Eigentlich schon, ja. Ich höre aber schon wieder weh hier. Ja. Ah, da. Okay, wir können hier nicht runter, oder? Nee. Ja, wo müssen wir da runter? Das macht Sinn, ja. Wie schön die sich erschrecken. Wie du, oder? Ja, ich weiß, warum du das lustig findest. Ich find's bei anderen auch lustig. Ja. Ja. Ja, halt. Ja. 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 Kriecht schon noch einer? Du kannst nicht mehr kriechen. Gut, dann mal weiter. Du! Oho! Hm. Geil, Flamme. Was ist los? Was? Was? Was sind ja alle? 2G noch. Ich find die ganz praktische Träume, oder? Ja. Du kannst mal vorne gucken, ob du noch was mitnehmen kannst. Ich meine, da lag noch ein Tuch, oder brauchtest du das jetzt gerade sagen? Ja, jetzt auf rechts. Jetzt links. Also, ein Stück weiter. Da, da. Okay. Ich dachte, du brauchst ein Tuch dafür. Nö, nö. Ich brauch Scherben. Okay. Und Kaffeemaschine. Ah. Nächste Etage. Das ist geil. Ich kann immer nur etagenweise anlocken. Nicht harrlich. Ist ja ganz fiese, ne? Cool. Cool. Hat was. Was nicht sagst, Junge? Kann ich nicht, scheiße. Schade. Gerade. Hier geht's aber nicht weiter, eigentlich. Wie geht's denn dann weiter? Hm. Da, da, rechts. Ach doch, da. So ein Träger. Da, da, rechts. Geh aus dem Weg. Wir haben doch keine Zeit davon festgestellt. Ach, bis wir wieder da sind, ist die längst tot. Aber dafür haben wir dann ganz viel Materialien. Hm. Und einen Flammenwerfer. Und einen Flammenwerfer, ne? Mit dem Flammenwerfer in der Hand da rüberspringen, ey. Hm. Siehst du mal, was die alles kann. Hm. Jolo. Lalalalalala. Das noch. Bisschen Schnappes. Bisschen. 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 Na, kleiner. Ne, zufällig noch ein paar Gaskartoschen hier stecken. Ich dachte, ich kann auf den Vorsprung springen. Mhm. Dass die kurz vor dem Vorsprung dann einfach nur noch gerade runterfällt, dafür kann das gar keiner wissen. Kann keiner wissen, nein. Kann keiner wissen. Aber ich würde sagen, da bist du ja relativ safe. Oder willst du noch schnell nach draußen? Das habe ich eigentlich gedacht. Ich freue mich ja schon, aber irgendwie. So. Wenn du das nächste Mal spielst, dann ist er dann wieder... Ah, ah, ah. Ja. Los! Hat der noch mit den Zähnen geklappert? So. Aber im Anbetracht der Zeit würde ich sagen, da ist relativ sicher... Was? Die Sporen. Ach so, die Sporen. Ich muss mich mal sicherstellen. Ja, wir setzen uns hier hin. Da ist bestimmt safe. Vorher schlage ich den Jungen. Ja. Ja. Okay. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Tschüssi! Ich- 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 dio, ich- Dinge, ich- Aaaaaaah! Aaaaaaah!